Wusstet ihr, dass ihr tief in euch drin einen richtig guten Freund habt, der tagtäglich für euch psychische Belastungen abwehrt? Es ist euer mentales Immunsystem. Es verteidigt euch gegen psychische Krankheitserreger, wenn man so will. Und davon haben wir heutzutage sehr, sehr viel. Zu ihnen gehören beispielsweise ängstliche und depressive Gedanken, aber auch grüblerische Sorgen oder pessimistische Zukunftsprognosen, genauso wie Lügen oder schlechte Nachrichten. All das kann unser Herz und unser Hirn infizieren. Und in meinem neuen Buch Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten, zeige ich euch, was ihr tun könnt, um dieses Immunsystem zu schützen und es gleichzeitig zu verbessern, damit ihr im Alltag psychisch stark und stabil bleibt. Wie das geht, hier erfahrt ihr es ab 1. März im Drömer Verlag.